TORI 2 TV, Medien und Marken live. Wir sind bei Edition F in Berlin 2014 gegründet. Nora Vanessa Wohlert ist die Gründerin. Ihr habt ein Portal aufgebaut für Frauen, die im Job und im Leben mehr erreichen wollen. Sitze ich jetzt hier in einem Bollwerk gegen die Macht des weißen, mittelalten Mannes? Gute Frage. In einem Bollwerk gegen die Macht des mitteljungen, weißen Mannes. Naja, also grundsätzlich haben wir gar nichts gegen Männer, sondern im Gegenteil. Wir finden das sehr gut, dass es Männer gibt und arbeiten auch sehr gerne mit Männern zusammen und finden auch gut, dass Männer Jobs haben und so weiter und so fort. Aber natürlich ist es unser Ziel, noch ein bisschen ausgeglichenere Verhältnisse zu schaffen. Also tatsächlich zu sagen, Männer gehen mehr in Elternzeit, man teilt sich das mehr, Unternehmen entwickeln eine andere Unternehmenskultur insofern, als dass es im DAX 30 auch mal einen weiblichen Vorstand gibt und so weiter und so fort. Wie wird man erfolgreiche Mediengründerin mit jetzt ja inzwischen 19 Mitarbeitern? Schwierige Frage. Wie wird man erfolgreiche Gründerin? Ich glaube, indem man ein gutes Thema hat, indem man zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Entscheidungen trifft und indem man ein sehr gutes Team um sich herum hat. Also ich glaube, all diese Themen sind wichtig und immer dran zu bleiben, sich auch immer weiterzuentwickeln, auch mutig genug zu sein, zu sagen, das hat vielleicht nicht so gut geklappt, das müssen wir nochmal anders machen. Das sind, glaube ich, die wichtigsten Aspekte. Und tatsächlich immer im Austausch zu sein mit dem Nutzer einerseits, aber auch mit anderen Gründern und Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen, weil ich glaube, dass dieser Austausch wahnsinnig wichtig ist. Befürchtet ihr, dass die großen Verlage, die von sich aus schon mal Millionen Summen auch ins Feld führen können, dass die euch noch kopieren könnten? Wir haben nicht so wirklich dieses Gefühl der starken Konkurrenz. Wir arbeiten ja jetzt schon mit wahnsinnig vielen Verlagshäusern und Medienhäusern total übergreifend zusammen und werden das auch künftig machen. Es reicht wirklich von der Zeit über das Manager-Magazin bis hin zu einem Business Insider oder der Huffington Post, also wirklich verlagsübergreifend. Natürlich merkt man schon, dass Verlage mittlerweile vielleicht früher als vor einigen Jahren sozusagen ein bisschen gemerkt haben, dass da vielleicht eine Zielgruppe ist. Viele machen mittlerweile zum Beispiel auch so von der Vogue über die Cosmopolitan bis hin eben zu der Emotion. Die machen alle so Work-Ausgaben, wo es dann eher um die Business-Themen geht. Man merkt auch, dass mit einer Barbara zum Beispiel so ein Print-Format gestartet wurde für die starke Frau. Man muss aber schon sagen, dass im digitalen Bereich ich jetzt nicht so große Konkurrenz verspüre bisher. Sind denn diese anderen Produkte, die du genannt hast, Emotion, Barbara, ist das Konkurrenz oder belebt es den Markt? Ich finde eher, dass es den Markt belebt. Also ich bin immer Fan davon, wenn ich auch sagen kann, ich stehe jetzt am Bahnhof oder am Flughafen und kann mir eine Emotion Work kaufen oder eine Barbara und ich lese das wahnsinnig gerne. Ich glaube eben auch, dass sich Medien nicht immer ausschließen müssen. Was sind da die Haupteinnahmequellen? Die Haupteinnahmequellen sind im Moment der Native Advertising-Bereich, der sich sehr positiv entwickelt hat in diesem Jahr. Und die Jobbörse, das hält sich so ein bisschen die Waage. Auch der Event-Bereich ist relativ entscheidend, wo wir eben mit Sponsoring Geld verdienen. Und das ganze Thema mit dem Nutzer, selbst Geld verdienen, wird auch immer wichtiger. Wir machen relativ viele Webinare, werden nächstes Jahr mindestens 24 Webinare für Nutzer anbieten, wo eben der Nutzer direkt Geld bezahlt. Und da sind wir auch weiter am Nachdenken, was wir noch machen können, wie wir den Nutzer sozusagen noch weitere Services und Angebote bereitstellen können, für die er auch eine Zahlungsbereitschaft mitbringt. Bei der Jobbörse steht eine Neuerung an. Wie setzt ihr das um? Wie macht ihr das? Wie wird die aussehen? Tatsächlich geht es darum, dass wir bei uns in der Jobbörse eher darauf schauen, sozusagen den Blick hinter die Kulissen zu bieten. Also mit wem arbeite ich da zusammen? Wie ticken meine künftigen Kollegen? Wie funktioniert meine Chefin? Passe ich in die Unternehmenskultur? Wie ist mein Gefühl für das Unternehmen? Und das wollen wir eben über Premiumprofile bei uns der Jobbörse abbilden, wo wir die Möglichkeit haben, dass Unternehmen Videos einbinden können, dass sie Fotogalerien einbinden können, dass wir eine Verknüpfung mit den Social Media Kanälen herstellen, sodass dann einfach ein ganzheitlicheres Bild entsteht von dem Unternehmen.